Banjo Tui, let's go! Ach, muss warten, muss warten. Vielleicht auch von da, bis so. Mal gucken. So. So. Und so. Ja wunderbar. Sieht doch schick aus so. Jetzt kann ich aber nicht rückwärts laufen, da ich schwimmen muss und überall Waffen. Dafür mache ich die Mission nur mit Wasser und Blutmessern. Ja, so wie es heute geht. Ich habe ja gesagt, wir gehen zur nächsten Welt. Deswegen gehen wir mal zu Boden Hollow und schalten die frei und gucken wo die ist. Ich brauche nur 36, wir haben 43. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na ja, sehr gut. Oh Gott. Ein sehr, sehr schwieriger Puzzle, Leute. Wird Kate die Puzzle vervollständigen können? Geh her! Geh her! Oh Gott! Oh Gott, 20 Sekunden noch übrig. Eieiei, das war nicht so gut. Let's go, let's go! Ah, ich weiß, wo die Welt ist. Siehst du, die ist noch draußen da, über die Brücke, genau. Ich glaube, das ist, das weiß ich das, ne? Es war nur 36, denk mal. Nice, nice. Jetzt kann ich aber nicht lieber laufen, da ich schon... Hatte ich schon, hatte ich schon. Hatte ich doch schon vorhin. Ich sehe gerade, da ist ein schwarzer Streifen, den niemand mag. So, weg damit. So, jetzt. Hm. Genau, ich weiß das, das ist ein Zug. Das ist ein Zug. Damit bin ich nicht zugehört, den ich glaube ich habe. Du hast auch genug genug, Steward and Challenge 8. Ich komme später zurück. Wenn sie gut. Genau, machen wir auch? Machen wir! Wir brauchen, wir brauchen zwei. Aber das neue Level wird, kann ich sehr, sehr kryptisch wieder sein, drei stunden rumlaufen ohne ein Jiggy finden und dann gehts los dann finden wir Jiggy´s mal gucken so hallo hier da bam 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 let's go my oooooh hellfire peeks lava side whee two years finally i have made it to the warmth of lava love world with a belly full of water da ist der typ ja laba train station heißen komische train station aber eine laba welt geht los man kann sich direkt trennen hier was warum soll ich mich trennen können ich kann direkt recht lang gehen jetzt machen wir auch die gehen systematisch vor wie immer ich versuche es zumindest hey i don't withdraw your pain for two of my volcano i don't burn your fury high hier ist die eingeschlossen haua geht es hier rein mir egal wir gehen einfach ran und machen das doch die saugnappschuhe ich wusste als ob das so einfach gesteckt wäre offensiell auch ein serviertablett natürlich hier ist das nicht saugnappschuhe hier sind wir noch da wir sind doch da ich weiß nicht Okay. Überraschst du mal bitte. So unlogisch, dass man da nicht hochkommt, mit den Schuhen. Gut. Ja. Ja, da habe ich einen Mot. Ja, wun, Gamer. Alles, wie geht es? Ich muss nur reinschauen. Schön zu lesen. Nein, weil der Tag ist bis jetzt. Ja, das ist ganz schön. Wie ist das? Ja, ich fühle mich genauso. Das ist süßer. Alter. Alter Baby. Hat mich irgendwas getroffen? Na? Geh da nochmal rein. Wie mein Tag war, dazu sage ich mal guten Morgen. Ach du geschlafen, Garen. Trinken. Ich komme gleich was. Süß, süß, süß. Ich mag in anderen Sprachen sprechen, gerade wenn ich irgendwas Nettes sagen will und ich schüchtern bin es zu sagen. Na Nico. Oh Übersetzung ist übrigens, ich liebe euch alle, es tut mir leid, aber ich war weg. Das Internet ist nicht explodiert. Ah ok, alles gut Nico. Danke, dass du wieder da bist und süß. Natürlich auch. Natürlich. Ich bin im ersten Level. Ich habe mal zwei Schlafen, aber ich war so 8 bis 20. Oh, das ist lange. 12 Stunden. in dem ersten level ich war einfach im ersten level ich bin nicht zufrieden, aber ich habe nur noch 138 Wurfmessern das schaffst du die Frage ist halt jetzt ich glaube ich kann gar nichts machen oder woher geht es hier da komme ich von hier ich glaube von dem komme ich warum kann ich mich hier aufteilen ob ich weiß warum Moment ich gehe jetzt mal hier raus da oben weil davon da komme ich nicht ja ich glaube etwas mehr nachdem ich von jemandem die Anstatt bekommen habe dass 3 Stunden nicht ausreichen 3 Stunden reichen ja auch nicht aus mindestens 6-7 Stunden oder 5 geht auch noch aber das ist ein bisschen sehr wenig ich bin hier was ich vorher gesehen habe ich bin hier was ich vorher gesehen habe komm her bei mir reicht alles nur schlafe aus nun mal ein bisschen bist du auch sehr jetzt ist auch wenig das ist auch nicht das muss ich auch das muss ich auch nicht ich brauche euch doch alle ich brauche euch doch alle jawoll was okay alles klar ich hätte ich hätte den scharfen eins zu sammeln auf ihn gehen er ist richtig rückwärtslaufen hier macht es 26 warte mal warte mal warte mal warte mal ja aber schwierig nicht überall gewünscht machen wir schon direkt auf unübersetzen wenn ich deutsch oder eigentlich genau ich muss auch hier draufstehen klar ist schlecht die game machen mich ja ich finde meine reaktion sagt es gibt sehr niedrig wenn man so wie schlafen so was entschieden doch bist du hast du dann geschlafen angie in die schlafmütze sei ja in die schlafmütze geht es dir mit dem magen okay das geht das geht nicht außer wir schaffen es mal über wasser zu laufen aber ich habe eine andere idee wo sind die stiefel nochmal wo sind die mit der stiefel nein nein habe ich nicht vergessen das festschritt zu verlassen mir geht es so weit gut um hier habe ich mich nicht gut geht und mir geht auch gut nur ein bisschen müde schlaf ist zeitverschwendung man macht und jetzt nicht produktiv ist ja das stimmt fühle ich so langweilig ist es sein ich bin eine geheimen person die plötzlich sprachenspringt damit niemand weiß was ich sagen genau ja sagen mua von da aus ok alles klappt perfekt denn 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 ja mir nicht mehr zuhören Ich bin ein bisschen als Wölfen vergiss das nicht. Ein bisschen süßes. Katzenwölfen. Das nächste Mal spielst du aber normales Golf. Nomales Golf oder was entspricht. Mein sie Golf Board. Sorry. Ja, Golf wie für French, das spiel ich mal nicht mehr mehr. Jetzt habt ihr auch so oft rumgebackt und sowas. Das nächste Mal gibt's ja das richtige Golf, ja. Danke für den Followings. Ne, mein Kisschen, als Willkommensgruß. Riga, Servus, wie geht's dir? Ich weiß nicht, wie ich da so reinschaue. Oh Gott. Ey, genau, da habe ich gerade ein paar mehr Leute, glaube ich, dass ein paar mehr sind. Nochmal ganz kurz, sie haben zwei Tage, also ein Tag und zwei Stunden, haben wir Valentinstag, ne. Und dann gibt's natürlich eine Postkarte zu gewinnen. Und zwar genau die hier. Guckt mal an, wie schön die ist. Von meiner Model Mama gezeichnet. Also die Model Mama von meinem nächsten Model, was ja auch dieses Jahr kommt. Und das könnt ihr gewinnen. Danke für den Bauchsturz, denke ich. Ich freue mich schon drauf. Ja, könnt ihr euch auch mit der Karte. Mit der süßen Karte, die gibt's dann. Da freue ich mich schon mega drauf. Mir geht's gut, und dir? Ich hoffe, ich hoffe, dass es einen schönen Tag gehabt hat, und ich hoffe, dass es dir hier gut ergehen wird. Mit uns Katzen. Aua. Happy, happy. Aber das freut mich, ist irgendwas vorher gefahren, dass es dir happy geht? Wo sind die Schuhe hier? Ich suche die Schuhe. Schuhe. Ach, da vorne waren die Schuhe. Klar. Aua, oh Gott, ah, Annalina, aua, oh Gott, da raus da. Andy ist auch happy. Warum bist du happy, Andy? Ist dir irgendwas vorgefallen? Wer die Karte gewinnt, ich habe an dem Tag doppeltes Glück, weil ich am weinsten Tag habe, ich überhaupt sage, genau. Dann schaffst du es bestimmt, sie zu bekommen. 100%ig. Gerne, gerne. Da sind die Schuhe, wie The Lost, ne? So. Ach, ich dachte, wir können vielleicht hochspringen, aber es ist ja weit gefehlt. Und wenn nicht, ich finde euch, ja. Ja, ja, die Postkarten, die sind begehrt, ne? Die will jeder haben. Die ist extra schöne Karte. Ja, wirklich, ja, nicht? Hallo, 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 hallo. Ach, hier war ein Jinjo, ne? Oder sowas, ja. Ich meine, die Karte ist ja auch Premium Level. Aua, 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 okay, nicht bruch. Einfacher. Da gibt die Eichenkralen, ja, nicht hin. Nicht so süßer. Besser kommt halt so, dann kommt er hier rein und gibt mir Instant Krause. So, so lobe ich mir das. Weil Angie wieder in einer Beziehung mit einer Arbeitkollegin, die mir heute gebeichert, dass sie mich schon länger im Auge hat. Ui, länger, das heißt, das sieht so gut aus. Ich wünsche euch beiden sehr viel Glück. So, gebt mir mein Banjo wieder. Ich brauche Banjo, Banjo. Aua, aua, äh, Attacke, Attacke. Attacke. Aha. Aha. Einfach weggegangen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ist quer, schau mal, ich muss nur neu starten, Leute. Ähm, okay. So, gleich geht, gleich geht, okay, gleich geht. Zuschauerattacke, Moment. Moment. So, hier bin ich für Vincent. Aua, 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 aua. Ja, danke schön. Au, aua, aua, aua. Au, aua, aua. Ja, rausgehen. Danke für die Headpads. Haha. so süß wieder eingepackt, ja ich bin süß eingepackt ne? dank euch warum lacht der mich aus? was ist denn da vorne drin? was haben wir hier? hallo, wohnt hier jemand? ich weiß nicht wer hier ein lager aufschlägt, dieses browser. sieht nach browser aus. ich hatte auch zuschauertagent. wo auch? moment, moment, moment. na ja bitte. ouch, 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 ouch. ja das geht's. wir gehen nach gerade jetzt geradeaus. ja was haben wir hier? hallo. morning, stress bear in de... hot water, okay ich dachte das wäre eis. ich weiß nicht warum ich dachte das wäre eis. das sieht ein bisschen zugefroren aus. Ich weiß aber nicht warum ich das sagte. Ähm, da ist ein Weg runter und hoch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, danke schön wenig. Schön, dass du reingefolzen hast. Danke fürs Einchecken. Das ist einchecken, ihr Freund. Einchecken ist immer sehr wichtig. Und jetzt wo du schon eingepackt bist, nehme ich dich mit. Du gehörst jetzt mir. Na? Na, wir sind oben wieder, genau. Autsch. Weg mit dir! Ah, guck mal, hier ist uns doch ein Weg lang. Du Eier. Und dann ist der Weg weiter zu... Eier. Wow, das. Er ist frei. Oh, du Tweet. Ja. Meine Fels sind weg. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Ja. Außer Kuscheln. Außer Kuscheln. Lass du dich noch. Oh. Eier. Geil. Eier. Ja. Ah, Mann. Mua, mua. Ja, prevented. enhancing dem Stimmen ... ich bin ich bin übrigens bei 500 von da gibt es den neuen da gibt es den nächsten follower special und sowas gibt es da weiß ich gar nicht mehr keine ahnung könnt ihr könnt ihr unten sehen was es da gibt nicht schon wieder nicht noch nicht schon wieder haben wir getroffen mayday 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 du bist bald bei 500 und ich bin bei 30 30 nein postkartenverlosung da werde ich ein extra 500 follower postkarte machen lassen ja wahrscheinlich 20 stück verlose ich da welche sprache sprichst du ich spreche ich spreche englisch und deutsch wobei englisch und deutsch eher mangelbar also ich habe englisch verständigen aber da kann ich nicht stolz auf sein glaube ich das reicht um normal unterhaltung zu führen aha oh gott da ist ja mumbo in 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 lava form ist nicht heiß hier mumbo ist nicht ein bisschen warm okay hier ist kein mumbo fiech da müssen wir da müssen wir weggehen ich habe aber den anderen welten gar nicht nach guckt hier als ob als ob die ja ein wohnen wir einfach zusammen nebeneinander ich guck mal wobei hier rauskommt als ob ich einfach bei mumba rauskommen soll ich bin mal hier wir sind im eisen hier gibt es ein eis und eine schneeseite ist ja cool wo gibt es denn am besten ist dass den gelben schnee weil der ist der ist sehr der ist sehr geschmacksvoll Danke für den Lurky-Sammy. Ich suche gerade einen Porter. Damit ich mich hier hin zurück fortzuzahlen. Nach, 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 nach ruhigem Laune. Hier ist ein Porter. Dann holen wir ab. Hier gucken wir uns erst nach dem Feuer irgendwie um. So würde ich ihn auch nicht kriegen. Die Heiligen. Aber, 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 aber. Gelbe, gelbe Eis ist doch immer hier so lecker. Ähm, Apfel, Apfel Eis. Äh, Apfel, äh, Eis dann. Apfel Eis, genau. Oder Bananeneis. Nam, nam. Jetzt packe ich wieder eins. Das magst du, ne? Süßer. Das machst du gerne. Oh Gott. Bam, bam, bam. Hey, ich brauche mich hier festzuhalten. Nein, nicht schon wieder. Das war mit einem Schuss in den Ofen, Leute. Äh, äh, äh. Was will ich, was will ich hier jetzt? Huch, das war, das war doch immer lang. Aua. Alter, das Level will einen töten, glaube ich, ne? Lüge will ich nicht gerne, Bagdad. Huch, wer hat denn gesagt, dass du Lüge so süß hast? Hm? Wer hat denn das gedacht? Huch, wer hat denn das gedacht? Badati, muah. Schön nicht zu lesen. Was? Aha, ha, 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 ha! Danke. Hallo. Du darfst es nicht, ähm. Hey, hey, Chaotic. Hashtag Chaotic Leiden. Alles klar. danke für die 50 ich vergesse es immer wieder was kannst du mir wieder nicht machen ich bin doch vergesslich hallo hachelein wie geht es dir denn hast du fünf küsselein gekauft hast du mir fünf küsselein gekauft so jetzt nicht eingepackt bin ich noch die schüttere jahre so da tust du wachs nicht lassen kannst sorry wohl spät waren doch ein bissl in dresden unterwegs da waren nicht so oft dort ui smash sorry wohl spät waren doch bissl in dresden unterwegs da wir nicht so oft dort sind ah ja alles gut kein problem man kann nicht immer man kann nicht immer oh soldati ui man kann nicht immer dabei sein okay du süßer du ich nehme das ist ein level warum sind warum sind das ist ein level immer so fies übrigens soldati er arbeitet schon an er arbeitet schon an der 3k version heißt bald kriegst du das hintergrundbild in hoher auflösung ein licht wäre noch gut mit röhre war auch keine quetschwurst wie unser nachbarschaft mrt röhre ach so ach so ja mrt sind immer schrecklich zu machen das sieht gut an ja habe ich extra mal angeschrieben und er macht sogar umsonst soldaten er macht sogar umsonst sie sind immer vieler die fies sind ja ich hätte sogar 20 euro gegeben dafür wäre kein problem gewesen sobald er ist mache ich jetzt an den wäufe bei agent ja freu ich mich genau da können wir die andere weiß ich glaube ich rauslöschen weil die brauche ich brauche die brauche ich brauche ja nicht mehr 1080p ja 1 auf dem glitz hm 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 ah ja guck mal hat uns verweckabombt hier ja easy hm 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 er werde aber auch ein paar andere in der runde was mit veränderungen sie sind nein wir können fliegen das ist voll gut gut überblick verschaffen was denn das so eine abkürzung ist das wahrscheinlich ich guck mal hatte ich die kirche hatte ich auch lieb enden war dann in voile paper engine doch normal oder eure majestät kennt ihr nein eure majestät ihr alle zuschauer ihr seid meine königinnen und meine süßen und meine kattenbabys ist einfach alles so wir gehen mal gucken wo wir lang gehen können und zwar kemmels zum beispiel das ist hier oben eigentlich hier oben war ich hier schon aber ich hatte die ich hatte die dinge man das man wegen der schrift ein bisschen einstecken kann ja vielleicht kannst du es dann da auch animiert machen und sowas genau aber man sollte doch die schrift nicht rausnehmen können man muss eine schrift haben eigentlich das kei chubitu soll ja so bleiben das ist ja quasi wie so ein wassermarker quasi danke für den nerky anime fan bis später ab für die abkürzung rein hier ja dass man die prost farben ja genau genau wenn du das machen möchtest warum nicht ähm ich gehe jetzt mal zu diesem turm und untersuche erstmal den turm bevor ich ihn nach links war weitläufiger und der turm scheint hier ein bisschen einsehbarer zu sein fangen wir oben an guck mal hier ist dieses eislevel ne wie kommt man mit dem eislevel hin anschein deswegen gehen wir mal hier rein warum nicht ganz oben links und dann kommt von dir aus raus zum eislevel zum extragebiet wir sollten beides untersuchen das kann man nie wissen ach ach nö wir kommen zurück an dem fan oder ich bin zu lost ich bin losty man soll von hier aus hochkommen und dann von hier aus in die eiswelt und wenn der eis trepp bestimmt irgendwas machen zu können ja mal gucken man muss ja immer alles verprüfen hier in diesem spiel wenn man hier puzzleteile haben will muss man alles einmal angucken ich halte mal gucken und bin schon erstmal hier rein Ah, was haben wir denn hier schönes? Der Zug ist hier! Bist du dran gewöhnt? Ja, ist doch alles ok. Ja, das bist du. Danke für die Info. Unnötigerweise. Das ist schon nicht so ein Ding. Da kann ich von hier aus rüberhangeln. Ok, let's go! Rüberhangeln, rüberhangeln! Oh Gott! Anscheinend doch nicht. Also nicht so einfach. Bam, bam, bam! Wir machen das nochmal hier. Mit dem gezielten Sprung geht das auch klar. Aha! Hammer ihn! Und hier haben wir den Puzzleteil. Nummer 10, die wir eigentlich auch abgeben könnten eigentlich. Aber ich denke mir halt so, ach, den Puzzleteil reicht, wenn ich jetzt habe. Und hier. Aber wir sterben. Aber wir sterben. Und wir sind nicht so schlimm im Spiel. Ja, stimmt. Upsala! Nani! Was denn los, Nani? Was denn los? Was los? Was denn los, Nani? Hab ich was falsch gemacht? Oh nein! Nein. Hey, ich bin gestorben. Oh nein, so beleid. Ich werde mein Bestes versuchen. Oh boah, alles klar. Ey, ich zeig dir mal nicht weiter. Alles mal, einfach ein Lavafeind. Ich habe jetzt vergessen, was in dem Haus drin war. Ja. Let's go. Was war jetzt mit dem Haus? Äh, ich habe vergessen. Ganz oben ist noch was. Ganz, ganz oben. Wie ganz oben? Das ist ein Haus. Äh, ein Haus. Eine Höhle. Mit ganz links in der Höhle. Hm, muss man da reingehen. Lass ihn mehr motivieren, indem er Probe stoppt und auch den Chat schmetten muss. Ja, genau, genau. Ich bin ja so reich. Aber vielleicht machen wir es irgendwann mal. Eine Challenge, wo ich dann fast ein Gips hab raushauen möchte. Äh, ich hab da oben jetzt, der da oben ist. Ach, da oben war... Oh Gott. Egal, alles klar. Nochmal von vorne. Halt mich wach bitte. Hey, Brutbuschilek. Wie geht's dir? Willst du nicht schlafen? Genau, hier war der Zug Train Station und da oben war das Vieh. Das Vieh hab ich jetzt aber leider verkackt, weil ich runtergefallen bin. Gut. Am Mittwoch ist ja Lotto... Lottoziehung. Vielleicht hast du ja Glück. Äh, ich spiel kein Lotto. Da sucht man einmal nach Persona und bekommt direkt Werbung. Alles klar. Wunderbar. Also bei mir bekommt man, ähm, nur einmal Werbung und das ist direkt am Anfang. Uhuh. Direkt am Anfang. Und im Stream habe ich die Werbung komplett ausgeschaltet. Deswegen kann man auch ohne Sub gucken, ohne Probleme. Ähm, hab ich gemacht, weil Werbungen sehr, sehr, ähm, ähm, ähm... Gfox 66 unterstrich fort herrätet mit vier Katzenliebhaber das Katzenreich. Danke schön für den Lady Fox, wie geht's dir Fuxi, Fuxi Lady? Herzlich willkommen in Süßen, na du? Na, danke schön, danke schön, Cutie. Mua! Ich dachte, es ist alles für den Shen. Ja, natürlich alles, aber... Aber... Ich spaß mit meinem Model. Ähm, äh... Ähm... Shoutout at the... So. Schaut mal wieder bei Foxy Line vorbei. Ist auch ein ganz süßer Zuschauer von mir. Deswegen würde ich da ruhig mal reingehen. Wie geht's dir stets, Katja, du Cutie? Ja, mir geht's... Mir geht's gut um dir. Ich hoffe, dir geht's auch so gut um dir. Danke für die Welt, nicht so süße, Mann. Mua! Aua! Ist doch weh! Wird schon. Und dann die Videospielerin! Teleporter! Neh, schon! Äh, falsch! Balabalam, bam! Aua! 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 welches gebombt süßer tut nur alles weh das wochenende war durch karneval hart und anstrengend bin ja vereint und nein du süß sie aufpassen dass du dich nicht zu anstrengend im leben man sollte immer ein mittleres level halten bei anstrengend aber ein bisschen laune betrifft immer ja ich hab viel spaß bei uns ich habe heute die ehre gehabt in einer streamer runde mitwirken zu dürfen in welchen tollsamen montag seit lange bei mir dürfen meine zuschauer auch immer reinkommen wenn ich die ein bisschen kennen und weiß die machen nichts böses dann hab ich ja auch immer gerne im chat im bing dabei im voice dann hab ich Ruhe ja ja dann hast du in Ruhe wieder rüber da rüber hier und die nummer vier das brauchen wir als ob die nummer fünf dahinten ist verarschen grad das game kann mich freuen hier ich werde jetzt endlich auf montag auf montage annehmen mann wie lange bist du weg einen puzzelteilen wien die nehm ich doch sehr gerne an In der Mitte sind wir da. Das einzige was komisch war, dass das in der Vorhinein zu leise war und trotzdem lauter wird, ist das ein technisches Problem. Ich kann mir nochmal sagen, ich kann dir anhelfen. Ich hab meinen ersten Jiggy hier. Das ging ja flott. Ich bin tot. Egal. Vielleicht musst du mal den rechtsklicken auf jemanden machen und die mal im Discord lauter stellen. Discord lauter stellen im Windows-Lautstärke-Mixer. Vielleicht hast du es ja mal runter gestellt, weil die Pinks so laut waren oder sowas. Aber sonst liest ich auch nicht weiter. Auf Handy? Da gibt es glaube ich nur die Händenlautstärke. Ob du da Leute einzeln hochstellen kannst, weiß ich nicht. Hi Gaming! Na wie gehts? So, wir gehen wieder zum Camille da ganz oben. Weil der war ja quasi da oben und hat gechillt. Und dann gehen wir jetzt hin und chillen mit ihm zusammen. Und dann gehen wir nach unten. Wieder da rein und gehen diesmal den anderen Weg da wo dieses Ding war. Genau. Dem wo dieses Ding war. Ich bin mal Lurky aus dem Bett, sonst komme ich morgen mit mir aus dem Bett. Wir sind noch bei meinem einen Bein, was ständig krampft. Noch viel Erfolg, Cage und Nachdi. Nachdi dir auch. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir aber für den dicken Wavy. Alt Otternloch war! Das haben wir wieder kurz in den Ofen. Scheiße, ich kann es nicht. Kann uns hier keiner erzählen hier. Was ich hier gerade durchmachen muss. Ich bin der Schlachter, wenn er so einen Sack ist, das alley. Autsch! Autsch! Index mal holen wir uns dieses komische ähm ähm... Äh... Zilfbote. Jawollo! Das heißt das Kissen werde ich frühstens erst auf Donnerstag oder Freitag gehabt. Oh nee, oder? Ich hoffe, du freust dich aber drauf. Ah, diese Hände, ne? Diese Hände sind so OP. Diese Krabbelhände. So, erstmal hinsetzen wieder und dann machen wir das jetzt. Boah, ich sterbe hier die ganze Zeit nur, ne? Ist hier aber auch ein Lava Level. Und Lava Level heißt Lava. Lava, Lava. Oh Gott, ich werde müde, Leute. Hat nicht genug Schlaf gestern. Ja. Was heißt heute? Ja. So. Ich hoffe, ich freute euch auf eure Sachen, ne? Weil, hm. Ich habe fünf Stunden, über fünf Stunden gebraucht, um alles zu verpacken, die Adressen zu schreiben, rauszusuchen und sowas. Hat schon ein bisschen gedauert. Eins, zwei, drei, vier, vier. GZ, 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 im Anil, der wird bald wieder bei 300.000. Nice. Du machst das. Ich bin so ein Lost, Alter. Ich springe ja wieder rein, weil ich einfach so ein Lost bin. Ach Leute. Okay, nochmal, nochmal, alles zu vorne. Ach. Ich vergesse es auch immer wieder, dass es ein Lost drin war, aber ich hätte mir das ein bisschen Mühe. Wollte ich dir nicht noch im Voice meine Adresse durchgeben? Ihr wollt es zu, aber jetzt geht es ja schlecht. Ähm, du süßi, ne? Wenn ich streame, ist es ein bisschen schwierig. Alles klar. Wunderbar. Es ist heiß. Es ist heiß. Aua. Ja, morgen Vormittags. Ja, ja, ungefähr so. Ähm, morgen so 15, 16 oder sowas. Hey Loxi, du süßi, ne? Wie geht's dir? Wie geht's gut an dir? Schön, die zu lesen, Loxi. Ich denke, wir müssen einchecken. Seit 32 Mal schon. Könnt ihr beide Legis auch da rauf wieder schreiben. Ähm, Erika, darfst du noch mal einen Moment? Ja, wir haben, ähm, die Karten sind von uns alle unterschrieben. Ähm, Hashtag, brauchst du keine Sorgen machen. Mir ist gut, bin nur müde, denn heute Morgen um fünf, auf und dann fünf und sonst auch um sieben aufwägen kann. Oh, ich hoffe, ich hoffe. Naja, ich arbeite halt, glaube ich, bis drei. Ich bin vierzehnter zu Hause, ja. Na? Soll ich jetzt nicht reinfallen? Jetzt nicht da reinfallen. So, easy. Hab Fuchs und gekauft für mich. Oh, nice! Nice! Please not my precious water again! Äh, äh? Warte. Aber... Hm... die Kieler geht jetzt halt auf mich. Wir haben ja... das ist ja gut die rahmen ich ein und bis zum retten alter ist der wert so dass ich ein schönes rettenleben habe da erkenne ich mich da kann ich dieser staat mal am adel genau genau die karte die karte man die karte mit den 50 jahren bestimmt 50 euro wert sein das ist eine gute wertanlage deswegen ruhig mitnehmen ich hasse das diese händen sind aber so fies hab auch der konn mit so vielen video waren geredet dass ich dann noch als vier hatte ja nein doch schön dass der spaß hat das freut mich er ist nicht hier oben sehr bescheiden die mit 50k wert sein das ist eine menge kommt darauf an wie groß ich mal werde wenn ich mal meine 500 bis 1000 zuschauer haben sollte mal in sagen wir zehn jahren dann kann es gut sein dass das alte karten von mir schon ein bisschen wert haben könnten außer dass natürlich überall der name drauf steckt weil ich das schreibt ja mit für den und den dann weil der weg wieder gesunken 18 plus er wie aber nice was hat denn das schönes wir haben wir streamst heute wenn du früh um 7 anfängst bis 24 uhr denke ich mal wir machen noch ein bisschen banjos und dann gibt es viele actions und dann gibt es den stat ja ja 380 bis 8 artworks gekauft bei uns gibt es ja gerade auch kann ich auch immer eben sagen geht mal auf unser discord auf mein keito discord ausdruckzeichen discord dc oder dc da sind ganz oben vier discord channels wegen dem donaton die heißen twitter post da habt ihr jetzt gewonnen dass ich einen twitter post machen muss leider kam keine gute idee mitten im stream da könnt ihr den twitter post rein posten was ich dann twittern soll der emote vorschlag ist glaube ich schon durch habe ich nur requestet weil der emote von gamey wird quasi das beste sein denke ich mal nsfv artwork da brauchen wir noch ein paar vorschläge wobei ich schon eins im auge habe was was ich was ich mag aber könnt gerne noch mehr rein senden und horror game wunsch könnten auch noch ein paar mehr reingemacht werden wenn ihr zeit habt ich gehe kurz auf den klo bis gleich mua und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020